Der Leiter des Polizeireviers Magdeburg, Polizeidirektor Marco Weigelt, lädt erneut interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die nächste Bürgersprechstunde unter dem Motto Mit Sicherheit Magdeburg findet am 30. September in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr im Polizeirevier Magdeburg-Hansgradestraße 130 statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bis zum 16. September unter der eingeblendeten Mailadresse und unter Nennung ihres Anliegens sowie Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit anzumelden. Die Vergabe eines Termins erfolgt in Reihenfolge der Anmeldung. Die Bürgersprechstunde soll die Gelegenheit bieten, Anliegen, welche die Polizei und die Sicherheit in Magdeburg betreffen, unmittelbar im Gespräch mit dem Revierleiter zu erörtern. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten so eine persönliche Rückmeldung zu ihrem Anliegen.